ja leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen bad wars video mit pixel looter was geht was geht den hab ich auch fresh und wir zocken wir heute einfach ein bisschen bad wars geht ja auch nicht im titel oder so ne gar nicht ich meine sie ist auch nicht am thumbnail dass wir bad wars zocken ne bestimmt nicht und ja wir schauen einfach mal wieder mal ein paar classic runden bad wars einfach weil wir haben schon lange kein classic bad wars aber wir zwei mal gezogen die letzte mal in der challenge jaja nur feuerbild und deswegen wir sehen uns in der ne in der runde ja was die map ist cool die map ist cool das sagst du jetzt doch hey ich feier die map ich find die geil und hat jemand was die zick zack gekauft von der alten von der eine million die map ist ja das ist was die er wie kostet das geld keine ahnung 30 euro das ist keine ahnung ich bin da nicht drin in diesem game das ist wirklich verkaufen einfach es gibt ja wirklich ein computerspiel das macht es was nfts ja die tun du kannst mit echt du kannst mit skins in diesem spiel handeln jetzt dann gibt es auch skins die einfach mal knappe 30.000 euro kosten die kostet einfach nur 0,02 euro vielleicht kann man geld machen oder jetzt verlieren das connectet der ist ja wirklich schnell du bist nicht das connectet nee aber einer aus der lobby ist ja was das weiße team ist schon tot ja einer aus dem weißen team ist halt disconnected jungen wie viel eisen bekommt man hier schnell ich hab jetzt schon ein stack eisen dann kauf glas ich hab drei diamonds ok äh soll ich schraubnis kaufen ich hab mich nicht das ich habe weil ich es es ich es ich 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 es Hey, ja, warum kann ich so ein rotes Cape, was das so aussehen ist, dass ich mich die töten kann. Ein Gold. So. So. Ouh, wer ist nochmal, gull. Der ist aber gar nicht mal runtergefallen. Du brauchst jetzt da wieder Glas hin? Liga, hier unten wird ein Block! Hey! Es geht nicht! Hä? Null! Das geht doch nicht! Ne, der Block muss gesetzt werden! Das ist doch wie das geht! Alter! Ich hab hier Fire Bandit! Crash! Crash! Und ich hab hier gar nichts! Oh man! Dann können wir uns viermal wenig spielen! Warte! Keine Frage! Bist du alle der Aufstehende? Nein! Das machen wir gerne mit meinem Nacken! Wenn man so 180 Grad geht! Ja! Ich hab einen in der Klasse! Und wenn wir einen sagen! Dann können wir einfach gucken! Super! Aber halt! Der Joke ist, dass es halt einfach überhaupt nicht gut ist! Ey geil! Die Gäme sind tot! Soll ich das nicht verhindern? Ja! Ja! Boah! Gerade so gedeiht! Das wird es nicht so gedeiht! Sooo! Sooo! Takk! Okay! Perfect! Ich denk zwei Wohnzimmer in der O... Warte mal! LOLL! Was denn? Ich hab Fakke gedacht! Was denn? Wenn du einen in den Tankst hast... Oh, bei mir ist einer, bei mir ist einer! Was denn? Oh, ich bin tot, ich bin tot. Okay, ich hatte jetzt nicht wirklich krass mit der O... Stell dich mal an die Wand hier... Guck mal auf die Wand... Und mach dann den... Dance... Und du es dann mal erfüllen... Dance move? Okay, warte... Das ist der erste Dance eigentlich... Und guck dann mal was... Und dann erfüllen, guck mal was auf dein Kopf raus... Hä? LOL Hey LOL Was denn der Glitch ist der Dec... Ich denke, ich hab auf die Leute gesehen... Ich habe die Leute gesehen... Mh... Mh... Wir haben die eine tumorsmögliche... Wir haben die Kul... Wir haben die Kul... Oh, mein meinstwerf... ohhhh die hart unterstützung harald moin hey harald ey lass mal zu unseren nachbarn rüber bütschen, da ist nämlich auch keiner dann hätten wir sogar nicht direkt Ja, fresh Ich wünsche ich mal kurz rüber zu unseren Nachbarn da Aber vorher, was soll ich kaufen? Forge oder Protection? Obwohl, ah, obwohl doch jetzt an... Nee, lieber nicht, weil dann kann Trink auch zu gut So, wir strecken einfach den Deck Ah, das ist einfach Wir kommen ja wie ein Mood Aber die Jahre sind Soll ich It's a Trap Call? Soll ich es nicht Soll ich es nicht Hä, Leute, das kostet nur eins Hä, Leute, das kostet nur eins Ja, zwei Tiefen Wahrscheinlich Hä 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 Logik Rückenfeld Okay, ich glaube, ich gehe mal in die Mitte Oh, ich glaube, die kommt zu uns Ja, die kommt zu uns Oh Oh Oder wer auch immer das ist Nee, nee, fuck Na Das ist blau Ich hätte mich halt grad fast saven können Gar nichts gebracht Ha Ha Doch, sie haben mich umgebracht Und ich hatte drei Dias Ich habe einen getroffen Der hat keinen Bock mehr auf mich jetzt Nicht damit, Alter Warte, auf drei Auf drei schießen wir alle Vollbilder die Warme Eins Ich habe halt nur einen Ich habe drei Eins Warte, kannst du mir auch einen geben? Warte, gib mir doch nur einen Aber der muss rauskommen Ja Lass ihn ja so um, der so um, der so um Der so um Drei Zwei Eins Feuer Wie denkt ihr jetzt so so, what the fuck? Hä? What did that happen? Los, lass auf, ich weiß jetzt Wir müssen einen riesen Support machen Beim Bombe Wir haben Harak unsere Verteidigung Beim Bombe Wenn man auch so eine Bombe bauen kann hier, Alter Der hat sogar Damage bekommen! Der brennt der Idiot! Haha! Eeeey! Der hat kein Bock auf sein Leben! Der hat kein Bock auf sein Leben! Der hat kein Bock auf sein Leben! Der ist der letzte Überlebende von Grün! Komm den wohl bei uns! Den keck wohl bei uns! Ach scheiße, der hat hier alles weggespringt! Well, dass er auch guckt! Das ist ja auch beim Masken Der Weck hat ein bisschen Egal, was man vielleicht kennt Sie meinen Arzt Sein Arm Ehhhh Ich habis Ehh Auf ihr Er war ja Es war ja oh Ich wusste Der ist Oh Oh Ich hab' ihn Ich hab' ihn Wir Er Wollte grad was kaufen Und ich booste ihn vom Einkaufen weg Ich hab sogar noch reingelöst, um mich auf den Raum gelaufen. Sooo... Bauen wir unsere Brücke wieder? Sollte ich was sagen? Es ist eigentlich aufgefallen, dass wir wie das Heller unseres gefühlt sind. Ja, irgendwie schon. Digga, baust du das die ganze... Ja! Ich hab die immer wieder abgebaut. Das ist ja so... Papper, du! Digga! Besser Daumen erst bei dieser Stoff! Ich hol uns mal bessere Forge. Ok Wie viel brauchen wir da für Sticks upgrade? 4 Stück, also hol ich uns 10 Ich hab 3 Amaroons Ich hab 3 Amaroons Basti GHG tötet mich Fake Basti hat mich getötet 2 2 4 5 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 6 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 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 15 13 12 15 15 14 15 16 15 15 15 16 17 18 18 19 Warte, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ja, der ist, glaub ich, der teilst hier. Der ist weg. Okay. Ich glaub, hier gibt's grad nichts. Lass mich wieder zurückgehen. Ich will mir wieder zurückgehen. Ich warte nicht. Ich will mal deine Dias. Ich hab selber noch was. Ich habe acht jetzt Stück. Acht Stück hab ich jetzt. Okay, ich würd jetzt eigentlich eher Protection kaufen. Nicht, ach, Junge. Ah, hier oben. Hä? Geh weg. Ah, er ist oben, er ist oben, er ist oben. Ich kann mir, äh, ich kann mir, äh, ich fühl mir Bogen kaufen. Ich will mir für heute etwas besser mit dem Leben gehen. Ey, Junge, ich hab letztens einen, ich hab letztens einen gefehlt, der war außerhalb mei... Jetzt, ich hab den, also er war grad, das war so ein roter, den hab ich schon vorher so richtig weggeballert. Das war in der Runde, wo ich halt gewonnen hatte. Der war außerhalb meiner Chance und in diesem, und in diesem letzten Schuss, wo er gerade weggerannt ist, und er dann halt nicht mehr in meinen Chance war, hab ich ihn getroffen und gekippt. Das war ein geiler Schussschuss. Passt auf, von hinten, von hinten, von hinten. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr abonnieren und die Glocke aktiviert und nichts zu verpassen, unter Kugami 2, dann muss ich dich im nächsten Video wieder. Bis dahin, zeig's für sie und hau rein. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.